Mensch Jan, Prost. Prost Christoph. Jetzt ist Silvester und wir sitzen hier zusammen für die Promenade. Eine schöne Sache, nicht? Wunderbar. Man muss ja sagen, es war ein tolles Jahr. Wir hatten viele tolle Leserinnen und Leser und viele nette Kunden, die uns alle Türen geöffnet haben. Ja, wir haben ein wunderbares Fest zusammen gefeiert mit allen und wie das alles war, dazu haben unsere Damen ein wunderbares kleines Video gemacht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.